Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes und heute zeige ich mal keine Community Sachen von meiner Community, sondern wieder von der allgemeinen Community und zwar keine Flugzeuge oder so, sondern, ja doch, wobei auch, aber eher so krasse Sachen, die ich einfach beeindruckend finde, was Leute so hinbekommen, wenn sie Zeit haben. Und das mache ich jetzt heute direkt am Anfang. Im Nachgang will ich dann etwas bauen. Das wurde schon öfters vorgeschlagen, wollte ich aber sowieso von Anfang an schon mal machen. Ich würde gerne heute versuchen, einen Doppeldecker zu bauen, vielleicht sogar einen Dreifachdecker. Mal gucken, wie ich es hinbekomme. Aber nicht irgendwie nach Vorbild, sondern das mache ich heute einfach frei schnauzi. Aber wir gucken uns jetzt erstmal ein paar Flugzeuge an. Und zwar, äh ne, nicht Flugzeuge, Fahrzeuge, generell Fahrzeuge. Und zwar habe ich hier, äh, einen Panzer gefunden, den ich ziemlich cool finde. Soll, äh, Abrams sein, also M1. Abrams, äh, sieht aber nicht aus wie einer. Dafür ist er schlicht und ergreifend viel zu kurz. Und dementsprechend dann auch etwas zu breit. Aber er sieht nicht schlecht aus, nur ein Abrams ist es nicht. Auch die Kanone ist falsch und bla bla bla. Auf jeden Fall coole Sache und den will ich jetzt mal ausprobieren, weil die Panzer sind immer so eine Sache, die sind nämlich sau schwer herzustellen, dass die dann auch letztendlich mal fahren. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das Ding auch ordentlich funktioniert. Ich habe mir ehrlich gesagt die Anleitung von dem Ding nicht durchgelesen. Aber gut, der Turm funktioniert schon mal ohne Probleme. Aber das war zu erwarten. Mg funktioniert auch. Äh, als Waffen hat er wahrscheinlich Raketen verwendet. Aber gut, wie hätte man es auch dann anders darstellen sollen? Gut, aber mir ist noch nicht ganz klar. Achso, das hier ist zum hoch und drunter. Aha. Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich das Ding hier zum Fahren bekomme. Und das ist uncool. Naja, auf jeden Fall sieht ganz cool aus, aber das wollte ich euch vor allem nur mal zeigen. Äh, einfach so von wegen, man kann auch Panzer herstellen. Dann will ich euch noch zeigen... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da! Das hier. Das fand ich so krass, ey. Das ist kreativ. Ein Tuk Tuk. Die fahren, glaube ich, vor allem in Vietnam und sowas rum. Und es ist ein Badlands. Tuk Tuk. Also ein Endzeit-Tuk-Tuk. Für die Badlands, um irgendwelche Raider zu killen. Das ist ziemlich cool. Ich will mal gucken, was das so kann. Also fahren. Äh, tut es nicht. Warum nicht? Doch jetzt. Man muss aus irgendeinem Grund die erste Gruppe aktivieren. Oben haben wir den Turm. Mit Gatlingang drauf. So, was passiert, wenn ich Gruppe... Oh mein Gott, die Bomben rutschen ab. Die Bomben rutschen ab. Bremsen. Oh mein Gott. Okay. Äh, was macht Gruppe 2? Ah, das ist Gruppe 2. Was macht Gruppe 3? Das wird abgekoppelt. Gruppe 4. Gruppe 5. Gruppe 6. Was ist da los? Okay, das kann gar nicht so viel, das Ding. Das ist ja schade. Machen wir mal Gruppe 4 direkt an. Vielleicht... Nee. Kann ich die Bomben anwählen? Auch nicht. Aha. Nee. Das habe ich eben schon gemacht. Aber das ist ja blöd. Ich habe gedacht, das könnte was. Zum Beispiel hier irgendwie vorne das Ding hier runterfahren oder so. Boah, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber gut, macht nix. Cool aussehen sieht es trotzdem und es fährt. Ähm, was hatten wir noch? Was wollte ich euch noch zeigen? Das hier. Das finde ich krass. Allein das Design ist der Hammer. Extrem futuristisch. Und ich bin mal gespannt, ob das Teil auch fliegen kann. Das ist ein STVOL-Gedöns. Aber wie startet man mit dem Ding? Okay. Ups. Das wird nach oben gedrückt. Das war richtig dolle nach oben gedrückt. So. Das Ganze jetzt nach vorne verlagern, das Gewicht. Guck mal, das dreht sich... Alles. Hä, wie hat er das denn gemacht? Wahrscheinlich sind... Ah, da ist ein Motor drin. Okay. Strange shit, würde ich mal sagen. Wie hat er das denn gemacht, dass... Der Motor sich dreht, wenn man mit den normalen Tasten lenkt. Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Aber cool, das funktioniert. Wie viele MGs hat er da vorne verbaut? Zwei, vier, sechs, acht Stück. Erinnert mich auch so ein bisschen an Terminator irgendwie. Sau cool. So, was kannst du an Waffen? So, alles Boden-Luft-Rack... äh, Luft-Boden-Racketen. So, und jetzt versuche ich die Kiste mal zu landen, ey. Das sieht ein bisschen schwierig aus. Ah. Nein. Oh mein Gott. Nein. Landen kann man das Ding nicht mehr. Aber ich finde das Design einfach der Hammer. Also das hat wahrscheinlich auch echt viel Zeit gekostet. Deswegen von mir einen fetten Respekt. Aber war noch irgendwas, was ich noch zeigen wollte heute. Heute habe ich mir mal ein paar richtig krasse Sachen rausgesucht. Äh... Ja, ich fange an zu bauen. Und zwar, wie gesagt, heute will ich mal einen Doppeldecker probieren. Das heißt, wir machen wieder eine... eine Propeller-Maschine. Bin ja eigentlich ein kleiner Fan von Propeller-Maschinen. Die sind so schön altmodisch. Und... Laut... Und dreckig. Und einfach irgendwie... Irgendwie haben so alte Propeller-Maschinen einfach fetten Style. Weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Bin mir aber überlegen, was für einen Motor nehme ich ihn dafür. Daran... Davon hängt jetzt halt auch ab, wie ich mein... Ich mein Rumpfbauer... Ich mach den mal nicht so fett. Das gefällt mir nicht. So, ich bin hier übrigens mal heute gespannt. Also, ich gehe heute... Der heutige Dienstag. Für mich ist es Dienstag. Für euch ist es, glaube ich, Mittwoch. Wenn ihr die Folge seht, gehe ich mit meiner Freundin in Star Wars. Und ich bin mal gespannt, ähm... Was die noch so für Fahrzeuge haben. Ich hab jetzt in den... In den Trailern... Also, ich hab versucht, keine Trailer zu schauen. Aber in den Trailern, die ich gesehen habe, hab ich vor allem gesehen... Äh, wenn ich den hier benutze... Ähm... Habe ich vor allem halt X-Wings und TIE-Fighter. Ich bin mal gespannt, was es noch für Fahrzeuge und Flugzeuge und Raumschiffe ist in dem neuen Star Wars Film gibt. Ich bin komplett uninformiert über den Film. Ich hab's tatsächlich geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Und das war gar nicht mal so einfach, kann ich euch sagen. Aber ich hab's hier schafft. So, machen wir das mal so rund. Mache ich das hier aber doch kürzer. Mache heute mal ein extrem komisches Design, glaube ich. Ich mach nämlich... Das nach hinten wird jetzt ziemlich schmal werden. Ja. Doch. Und... Ich bin mal gespannt, ob man auch sowas wie Bodenfahrzeuge bei einem Star Wars Film sieht. Also... Ihr habt wirklich überhaupt keine Ahnung. Bin einfach nur gespannt. Und heiß. Sehr heiß drauf. Das ist im Prinzip... Das, wo ich mich jetzt schon die ganzen letzten Monate drauf gefreut hab. Aber ich hab's tatsächlich noch nicht früher geschafft, ins Kino zu gehen. Aber das ist in Ordnung. Und... Ich hoffe, bitte keine irgendwie Spoiler in die Kommentare schreiben. Die werde ich sowieso löschen. Vielleicht gibt's ja noch Leute, die noch nicht im Kino waren. Das wäre sehr freundlich von euch. Sehr, sehr freundlich. So. Der Hintern passt. Und da muss jetzt noch... Was muss denn da jetzt noch drauf? Da muss jetzt noch ein Nose-Cone drauf. Wobei, wenn ich das hier nochmal spitzer zusammenlaufen lasse... Ja, doch. Das ist in Ordnung so. So. Was haben wir für Cockpits? Äh... Da... Eigentlich... Ich glaube, ich versuche mal was. Eigentlich bräuchte man ja... Ein... Ein... Ich sag mal... Offenes Cockpit. Weil... Es gibt ja im Prinzip... Keine Kanzeln bei den Doppeldeckern, beziehungsweise bei den wirklich alten Doppeldeckern gibt's ja in dem Sinne keine Kanzel. Sondern... Das war ja quasi immer Cabrio... Weiß nicht, wie ich es nennen soll. So. Ich versuche das jetzt mal einfach ein bisschen nachzustellen, dieses Cabrio-Feeling. Dann nehmen wir jetzt einfach mal hier dieses Cockpit. Das sieht aus, als wäre es im Prinzip nur eine Scheibe, eine Windschutzscheibe. Und jetzt brauche ich hier irgendwie etwas, das aussieht wie eine Versenkung. Dafür nehme ich irgendeinen Block am besten. Äh... Hab schon eine Idee, ich weiß wie ich es mache. Äh... Da muss ich jetzt von oben drauf gucken. Das muss jetzt nicht... Das kann schon sehr klein werden. Äh... Das muss jetzt... Quasi genauso oval muss das ein bisschen werden. Es langt eigentlich im Prinzip schon. So. Nach vorne noch ein bisschen rücken. Ah... Scheiße. So einfach ist es doch nicht, wie ich mir das gedacht habe. So einfach ist es nicht, dass es nicht scheiße aussieht. Ah... Kacke. Wie sieht das aus? Na, so kacke sieht es gar nicht aus. Ich mache das aber oben noch ein bisschen länger. Ne, Moment. So ist vielleicht sogar besser. Wenn ich das hier unten jetzt noch ein bisschen breiter mache. Ach guck mal, wenn ich das so mache, dann wird das alles ein bisschen smooth... Smooth... Smooth-er. Alles ein bisschen smooth-er. Und wenn ich jetzt... Ah, guck mal. Das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen nach oben fahre... Dann gefällt mir das schon ganz gut, muss ich sagen. Ja, kann man lassen. Das Ganze nehme ich jetzt nochmal. Macht das überall eins kleiner. Ja, warum zeige ich euch gleich? Bei... Doch. Ich glaube, das langt sogar, wenn ich es oben einfach nur mache. Ah, das ist zu klein. Scheiße, ich wollte nämlich hier so einen Rahmen machen, damit ich das Innere schwarz machen kann, als wäre da halt ein Loch. Und das Äußere dann halt farbig. Aber das klappt leider nicht schade. Okay, nee, dann hat sich das erledigt. Gut. Dann, was brauchen wir noch bei einem Doppeldecker? Flügel, würde ich mal behaupten. Ähm... Boah, krass. Der Schwerpunkt ist vielleicht vorne, ey. Flügel, Flügel, Flügel. Ich weiß nicht, die sind immer direkt beim... beim Piloten, oder? So... Dann noch den Wing Shape. Wie sehen die denn aus bei Doppeldeckern? Die sind auch meistens irgendwie ziemlich rund, oder so. Wird ein bisschen schwierig, das zu machen. Deswegen mache ich es heute einfach mal easy. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage... Wie... kriege ich es hin? Ähm... mit den Streben, weil da sind ja immer so Streben... bei Doppeldeckern. Ich darf die nämlich leider nicht... auf... die... Tragflächen draufpappen, oder? Das fällt auch bestimmt runter. Natürlich fällt es runter. Das ist ein Problem jetzt. Aha. So darf ich es also machen. Also unten dran darf ich es machen, obendrauf nicht. Das ist ja interessant. So, und jetzt... Okay. Keine Ahnung wieso, aber... ich muss es erst unten dran pappen. Gut. So. Äh... So. Da muss ich jetzt... noch ein bisschen rum editieren. Das soll ja natürlich ganz, ganz schmal werden. der obere Flügel wird ein bisschen breiter. Okay. Ich bin gespannt, ob ich das rüber kopieren darf. Tatsächlich darf ich sogar. Das ist ja freundlich von euch. so. Und vorne von vorne natürlich auch noch. Interessanterweise das ist doch jetzt das ist. So. wieder rüber kopieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den Flügel da oben drauf bekomme. Höchstwahrscheinlich nicht. Oder warte mal. Ich habe eine Idee. Okay. Wenn ich... den Flügel einfach dann auf so ein Ding drauf mache. da... Geht das? Nicht so richtig. Nicht so, wie ich es haben wollen würde. Aber... vielleicht, wenn ich das jetzt noch hin und her schiebe, vielleicht darf ich das doch machen. Bleibst du drauf liegen? Jupp. Der bleibt... bleibt drauf liegen. Gerade überlegen kann ich euch noch... Ups. Ich dreh euch noch. Dann seid ihr wenigstens... im Wind. Ich muss nochmal kurz abbauen. Streben sind natürlich zu fett eigentlich. Das wird mir vollkommen die Aerodynamik zerschießen, aber... So what? Was willst du machen? Was willst du machen? Was willst du machen? Meine Damen und Herren. So. Ich habe ja gesagt, der obere soll noch ein bisschen größer werden. Kann ich den auch noch ein bisschen nach da schieben. Kann ich den rüber kopieren? Jupp. Kann ich. Und jetzt baue ich natürlich irgendwie in der Mitte noch einen Teil. Da nehme ich am besten so ein Structural Wing. Bin mal gespannt, ob das hält, aber... Warum kann ich ihn das jetzt nicht verändern? Ach. Rückgängig. 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 Gut. Wie mache ich denn das jetzt? Anscheinend darf ich da ja nichts reinbauen. Ich versuche es jetzt mal quasi schon vorzudefinieren, wie groß das Ding sein soll. Und jetzt nehme ich es und setze es da einfach... Also manchmal, ne? Ja. Noch nicht ganz. Jetzt darf ich es auf einmal. Ihr seid mir vielleicht ein paar Spaßvögel, ey. Wenn ich es jetzt noch nach vorne schieben darf, ist alles in Ordnung. Ja. Jetzt muss ich es noch zur Seite schieben, dass es auf beiden Seiten halbwegs passt. Boah, ich habe jetzt so zwei Kanten vorne und hinten. Das ist schon in Ordnung. Fällt das Ding jetzt runter? Moment. Ich baue mal kurz Fahrwerk und so dran, dass ich es mal hinstellen kann und nicht dauernd alles abreißt. Was brauchen wir denn eigentlich für ein Fahrwerk bei sowas? Normalerweise haben die doch immer irgendwie, keine Ahnung, ein stehendes Fahrwerk. Also, dass man überhaupt nicht einklappen kann, das ist doch so, oder? Naja, ist egal. Wir nehmen jetzt nur eins. Enten sowas. Okay, wow. Der Flügel kracht einfach ab, der linke. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Warum zur Hölle? Hä? Warum steht denn das hier vorne über? Das darf nicht überstehen. Ich bin gerade massiv verwirrt, weil ich hier etwas habe. Okay. Ich zeige es euch, was nicht sein dürfte. Warum? Ach, scheiße. Warum hatten das? Das muss noch gedreht werden. So. So stimmt's. Dann zeigen die hier nach hinten und die hier nach vorne. Okay. Fällt das immer noch runter, die Tragfläche? Nein. Was ich hier gerade sehe, gefällt mir nicht. Das steht nämlich vorne auf dem Propeller drauf. Das heißt, der muss kleiner werden. Und die hatten doch meistens nur zwei Blätter, wenn ich mich nicht täusche. Da war nicht so riesig. So. Wie steht's jetzt? Oh. Gar nicht. Es fällt nach hinten um. Das heißt, Schwerpunkt. Ne, warte mal. Den Schwerpunkt jetzt einzustellen, macht überhaupt keinen Sinn. Bevor wir nicht Hack gebaut haben, weil dadurch ja nochmal Flügelfläche dazu kommt und so. Ne. So. So. Den Wing will ich noch ein bisschen größer machen. So. Stimmt so halbwegs. Bin mal gespannt, ob ich es jetzt schon hoch bekomme, das Teil. Sieht doch eigentlich nicht kacke aus, oder? Also nicht ganz kacke. Oder gleich noch ein paar Details rein machen. Boah, ist das langsam, ey. Moment. Ich muss kurz was ändern. Dann. So. 500 PS nochmal drauf. Warum rollt er so langsam? Das ist ja brutal. Man hört den Motor 0. Warum? Soundbuck oder was? Ich habe nämlich nichts an der Lautstärke oder so verändert. Okay. So richtig Speed kriegt man mit dem Ding nicht rauf. Woran liegt das? Liegt das an den vielen Tragflächen? Potenziell. Könnte sein. Weiß ich aber nicht. So. Probier nochmal kurz ein bisschen anderen Schwerpunkt. Das ist jetzt ziemlich hacklastig. Krass, ey. Also gut. Man muss sagen, so alte Propellermaschinen, so richtig alte. Die hatten jetzt auch nicht eine Beschleunigung von 0 auf 104 Sekunden. Aber ich würde schon gerne abheben, bevor die Startbahn zu Ende ist. Und das könnte knapp werden, sag ich mal. Könnte knapp werden. Wir haben 80 Sachen drauf, ey. Wir brauchen wahrscheinlich so... Wir brauchen nicht wirklich viel Geschwindigkeit, aber wir sind viel zu hacklastig. Das mit dem Fuel lasse ich mal kurz weg. Ich würde gerne einmal abheben mit dem Teil. Ich frag mich, was da grad so massiv das Teil hier bremst. Momentan würde ich fast vermuten, dass es quasi der Widerstand von den Flügeln ist. Aber genau beziffern kann ich es jetzt nicht. Wann hebt sich der Arsch? Jetzt. Der Arsch hebt sich langsam. Seht ihr das hinten? Das Rad ist ganz leicht in der Luft. Gut. Aber ich brauch mehr Speed damit die Kiste abhebt. Ich will jetzt noch nicht hochziehen. Ich lass erstmal. Ich warte jetzt mal einen Moment. Liegt aber wohl ganz gut in der Luft. Sonst würde sich der Arsch wieder senken oder er würde hoch gehen. Und da hinten ist die Startbahn zu Ende. Und kurz davor werde ich versuchen abzuheben. Jetzt. Yes. Krass. Meine Herren Gesangsvereine. Ey, das Ding liegt perfekt in der Luft. Es ist unglaublich langsam. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen auf Sturz-Loop. Damit wir mal ein bisschen Speed drauf bekommen. Aber alter Falter, das fliegt. Jihau. Leider hört man wirklich gar nichts vom Motorrad. Ey, das gefällt mir gerade nicht. Moment. Ach Mist, das kann ich hier überhaupt nicht einstellen. Fuck, da müsste ich ins Hauptmenü gehen. Naja, aber ich will jetzt erstmal gucken, wie das Teil fliegt. Das Problem ist, wir sind zu langsam. Deswegen fliegt sich das halt nicht so sonderlich super. Bei zu krassen Lenkbewegungen wird das komplett abkacken, das Ding. Ich probiere mal kurz eine, wirklich eine Wende zu fliegen. Naja, das kannst du vergessen. Weiß nicht. Vielleicht habt ihr ja schon mal, es gibt tatsächlich Videoaufnahmen aus dem ersten Weltkrieg von Luftkämpfen, wo es die ersten Luftkämpfe gab. Und die Dinger waren ziemlich wendig. Die waren jetzt nicht mega schnell, aber die waren recht wendig. Und das fehlt mir hier gerade doch massiv. Deswegen erhöhe ich jetzt mal die Blade Thickness. Dadurch kriegen wir einfach ein bisschen mehr Power in die Kiste rein. Wenn das nicht hilft, werde ich dann halt doch mal einen dritten, drittes Schwert nehmen. Wie nennt man das Flügel? Ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt müsste das eigentlich schon langen. Weil die Blade Thickness macht viel aus. Ihr seht, ich bin jetzt schon bei 100 fast. Und das Ding hebt von alleine ab. Also das war es im Prinzip auch schon. An Improvement. Jetzt zieht es aber ein bisschen nach hinten hoch. So. Es fliegt sich jetzt auch gleich schon viel, viel besser. Weil... Boah, oder auch nicht. Scheiße. Aber man kann schon langsam Kurven fliegen. Aber... Ich nehme jetzt doch mal... Ich nehme mal 4. Ich nehme mal 4. Ich nehme mal 4. Macht die... Bisschen kleiner. Äh... Macht die ein bisschen dünner. Macht das hier etwas größer. Das Ding soll am Ende wenigstens halbwegs perfekt fliegen. Boah. Krass. Aus irgendeinem Grund. Warum auch immer. Beschlägt sich das Ding jetzt. Quasi von alleine. Wir haben ein Looping Flugzeug gebaut. Und ich nenne es Looping Louis. Nein. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Was hier gerade passiert. Äh... Warum tut es das? Warum tut es das? Ich kenne mich leider mit Flug für Sigma so gar nicht aus. Warum fängt sich das Ding jetzt an zu überschlagen? Okay. Es hat tatsächlich schon geholfen da ein bisschen Gewicht vorne rein zu packen. Das heißt wir müssen den Schwerpunkt ziemlich weit diesmal nach vorne verlegen. Aber... Gut fliegen ist anders. Alter, was macht denn das für Kapriolen, ey? Das ist ja grausam. Das ist echt grausam, wie das hier gerade fliegt, das Ding. Ich habe es auch komplett falsch gebaut. Ich habe keine Ahnung. Aber das soll mich jetzt nicht daran hindern. Ich will das Ding noch anmalen. Äh... Was machen wir? Was machen wir? Was haben wir alles vorgefertigt? Das Zeug so. Blue Eagle? Äh... Blue Angel? Ne. Schönes Grün. Schwarz. Monochrom. Orange. Orange. Black. Ne. Kommen wir malen das jetzt mal selber an. Was nehmen wir da? Hier so ein Rot. Einen roten Baron machen wir jetzt mal. So. Wird gleich natürlich noch ein bisschen farbiger. nicht einfach nur Rot-Schwarz. Das brauchen wir mal Primary. Ach Mist. Das war die Scheibe. Dann brauche ich hier einmal das Trim 1 für den schwarzen Rahmen. Der Motor wird rot. Äh... Wird schwarz. Nein. Ach das gehört alles zum Motor. Ich verstehe. Dann Trim 2. Das wird rot. Trim 3 wird auch... Ne. Das wird weiß. In schwarzen Ecken. Dann... Was ist Trim 3 an den Flügeln? Haben wir nicht. Trim 1. Gelb? Nee. Also auch ehrlich gesagt nicht wie ich jetzt hier noch Farben auswählen kann. Ich glaube da muss ich Custom nehmen. Aber das passt schon. Wir machen jetzt einfach Rot-Orange das Ganze. Und dann bin ich eigentlich auch schon glücklich. So. Das wird auch noch richtig schön dunkel. Damit bin ich eigentlich noch nicht durch. Sehe ich gerade. So. Roter Baron. Nur weil er hatte deren Dreifachdecker, wenn ich mich richtig entsinne. Das Ding kriegt jetzt noch MGs dran. Eigentlich müssten die ja hier hin. Aber ich weiß ganz genau was passiert, wenn ich die an den Rotor packe. Da zersägt es mir nämlich wieder alles. Deswegen... Ich brauche die jetzt hier oben in die Flügel ein. noch rein fahren. Spiegeln. 2 MGs sollten langen. Und die schießen auch. Perfekt. Und jetzt will ich noch einmal kurz starten. Und ich finde es sieht gar nicht mal schlecht aus. Wenn ich mir natürlich angucke, was andere Leute so bauen, dann ist das hier eine ganz schön peinliche Geschichte. Aber es ist... Loll. Meine peinliche Geschichte und jetzt hebt es nicht mal mehr ab. Na ja. Gut Leute. Ich glaube das war's für heute. Wir haben einen Doppeldecker gebaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.